ich bin eine zaube go go dieses headshot nervt go go ich bin bloß ein fliegender bogen oh das war ein kurzer flug also diese kerub aufspiekshilfe ich glaube nicht dass sie die rausgenommen haben sonst hättest du was du danach tragen kannst verurschtet euch vor dem laufenden bogen dieses headset ich weiß nicht ob du das im video raus später hört ich nehme jetzt gerade übrigens auf wegen diesen lustigen laufenden bogen also der fliegende bogen macht sich wohl auf den weg ne du bist wieder sichtbar lass das lieber jetzt so bei mir nicht also ich bin unsichtbar jetzt müsstest du ja irgendwas zu sichtbar das muss im bogen gesehen mehr nicht sicher natürlich hattest du hier vorne die fallen schon ausgelegt äh jene davon ja hier vorne ja ja ey ich bin doch sichtbar scheiße jawohl mit der mau verwandlung bin ich unsichtbar das ist mir aber völlig neu denn ist ja mal weil normalerweise ist die nur zur verstärkung da gewesen ja nein dann wird der mauskind in der datei fehlen da haben sie bestimmt irgendwo gefuscht beim updaten hast du hier noch irgendwas das dir fehlt ja das buch hier in der ecke gleich Dann bei 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 Untertitelung des ZDF, 2020